Die menschliche Überbevölkerung ist die Krankheit. Mein Virus ist die Heilung. Wir müssen ein Massenaussterben verhindern. Wenn ich den Code entschlüsseln kann, können wir es aufhalten. Die Menschen dahinter werden alles tun, um die Wahrheit zu schützen. Auf der ganzen Welt gibt es Hinweise. Lorenz, Piestenlo, Venedig. Ich kann es finden.